Frisch, er wird noch frisch. Das ist halt das Problem, wenn der Dog... Genau das wollte ich gerade sagen. Wenn der Doggo nämlich unterm Auto rumläuft, hat das... Ja. Das kollidiert mit der Physik der Reifen und dann fliegt das Auto weg. Das ist natürlich wieder nice. Ja, komm. Ja, komm.